So, meine Damen und Herren, nachdem wir uns intensiv mit dem Farbmanagement und mit Adobe Photoshop beschäftigt haben, werden wir uns jetzt mit dem Seitenaufbau, dem Farbmanagement und dem PDF-Export aus InDesign beschäftigen. Viele Anwender glauben ja, InDesign wäre ein Layout-Programm, das ein bisschen Farbmanagement mit eingebaut hat, aber Sie werden heute lernen, dass InDesign ein Color-Management-Programm ist, mit dem man auch layouten kann. Viele Anwender glauben einem das nicht, ich werde Ihnen das gleich mal beweisen, wenn Sie ein neues InDesign-Dokument anlegen. Und das ist komplett leer und das speichern Sie, beispielsweise auf Ihren Schreibtisch. Und dann gucken Sie sich mal an, wie groß dieses Dokument ist, dann werden Sie sehen, dass dieses Dokument 2,2 MB groß sein kann. Wissen Sie warum? Da drin gibt es Farbmanagement. Das Farbmanagement aus den Grundeinstellungen wird in jedes InDesign-Dokument hineingespeichert. Und wenn Sie fremde InDesign-Daten übernehmen, dann übernehmen Sie auch fremdes Farbmanagement. Und das kann sich ganz erheblich auf das Aussehen von Farben, die Sie mit InDesign anlegen und gestalten, auswirken. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass es in InDesign rund 25 Stationen gibt, auf die sich diese Farbmanagement-Einstellungen auswirken. Was erwartet uns in den folgenden Filmen? Wir gucken uns zunächst einmal das Farbmanagement von InDesign an. Und hier werden wir uns vor allen Dingen mit der CMYK-Richtlinie beschäftigen. Sobald wir das Farbmanagement richtig eingerichtet haben und alles eingestellt haben, werden wir uns das Programm Bridge mal genauer angucken. Denn Bridge ist ein ganz wichtiges Programm, was das Farbmanagement angeht und auch was die Reinzeichnung und den Seitenaufbau angeht. Sobald wir uns da alles vorbereitet haben, geht's los. Wir werden den InDesign mal ein paar Seiten anlegen und auch Bilder platzieren. Und dabei werden wir verschiedene Fehlerquellen einbauen. Wir werden RGB-Bilder mit und ohne Profil platzieren. Wir werden CMYK-Bilder mit falschen Profilen platzieren. Und werden auch CMYK-Bilder ohne Profile platzieren. Dann geht es los mit der Reinzeichnung. Hier werden wir Verknüpfungen kontrollieren, H-Linien. Wir werden den Softproof nutzen. Wir werden die Separationsvorschau nutzen. Den maximalen Farbauftrag prüfen. Und auch die Transparenzreduzierungsvorschau kennenlernen. Sobald wir das gemacht haben, werden wir uns den PDF-Export aus InDesign mal genauer angucken. Und dann werden wir verschiedene PDFs exportieren. Ich werde Ihnen dann auch erklären, was es mit dem PDF-Ex1 auf sich hat, mit dem PDF-Ex3 und mit dem PDF-Ex4 und mit dem PDF-Ex-Output-Intent. Und dann werden wir natürlich auch PDF-Ex aus InDesign exportieren. Wenn wir das gemacht haben, geht es dann weiter mit dem Kapitel Acrobat, wo wir unsere erstellten PDFs auf Herz und Nieren überprüfen werden. Jetzt geht es erstmal los. Wir werden uns mit InDesign beschäftigen und wir fangen mal an, dass wir uns das Farbmanagement genauer angucken.